Sie haben das aber schön hier. Kicken Sie sich um, Herr Sputnik. Keiner von denen hier hat seinen Besitz mit ehrlicher Arbeit erworben. Alles hier erbt. Und wie die Väter an ihren Reichtum gekommen sind, das fragen Sie mich mal lieber nicht. Und jetzt sind alle dabei, ihr Vermögen zu vergrößern und haben Angst, dass man es ihnen irgendwann wieder wegnimmt. Deshalb werden Sie hier sehr viele Anlagen verkaufen, Herr Sputnik. Und Sie, Herr von Schönwald, wie sind Sie denn zu dem Jansen hier gekommen? Na, ich bin hier geboren. Sie haben das alles geerbt. Natürlich. Ich bin das einzige Kind. Dass ich schwul bin, hat meinen Vater nicht gestört. Das einzige, was meinen Vater gestört hat, ist, dass ich ihm keinen männlichen Enkel geschenkt habe. So wird im Gotha stehen, das Geschlecht der von Schönwalds ist im Mannesstamm erloschen. Von den Sputniks gibt es ja auch nur noch mich. Was machen Sie denn mit Ihrem ganzen Geld, wenn ich fragen darf? Das bring ich durch, Herr Sputnik. Das bring ich durch. Ja. Den Bewegungsmelder, den Weg mal vorne am Bootsteg anbringen. Ja, machen Sie nur. Aber achten Sie bitte darauf, dass durch die ganzen Kabel und durch die Geräte, ja, die Harmonie nicht gestört wird. Die Harmonie ist sehr wichtig. Wenn die Harmonie gestört ist, kann es schlimme Folgen haben, an denen man sogar sterben kann. Spielen Sie auf die Frau an, die letzte Nacht ermordet wurde? Na, das war ja wohl der Einbrecher. Manch einer von uns ist ihm vielleicht sogar dankbar. Nee. Silvia war nicht besonders beliebt. Zu jung, zu schlau, zu schön.